Jemand schreibt, ich finde es ja schön, wenn du ein Vorbild hast, aber der Vagant ist ein falscher 50er, das wirst du auch noch merken. Ja, und das ist halt eben ein Ding. Ja, wer weiß, was der Vagant alles ist oder so. Nur wenn der Vagant halt hingeht und sagt, 2 plus 2 ist 4, dann wird der nicht plötzlich 5 raus, weil er deiner Meinung nach ein falscher 50er ist. Also ich würde keinem irgendwie blind vertrauen. Und wie gesagt, mir springt sehr, sehr, sehr vieles ins Gesicht. Und auch die Leute, die über mich schon Videos gemacht haben, wo sie mich dann irgendwie entlaft haben als Freibacher oder was auch immer. Ja, es gibt da noch ganz andere Geheimgesellschaften, die mehr oder weniger auch damit zu tun haben, aber ist doch egal. Jedenfalls, wer da wirklich relativ offen damit umgeht, da könnt ihr euch wirklich mal reinziehen. Seht euch mal hier rein vom Professor Doktor Blabla. Ja, wie heißt der denn noch? Hier von Rosenkreuzern. Der geht da relativ offen damit um. Der erzählt euch da ein bisschen was drüber. Das ist interessant, was er so dazu sagt. Jedenfalls, ja, aber was da Leuten bei mir aufgefallen ist, ja, ja, mein Gott, jedenfalls, und das ist ja, jetzt kommt's, ja. Also selbst, was sie sich da rausgesucht haben, ja, wenn ich jetzt mal würde selber mir da irgendwas angucken, ja, ich glaube, mir würde da wirklich ein Vielfaches auffallen, ja. Also ich könnte da so viel reininterpretieren oder so, das ist der absolute Wahnsinn, ja. Also so ein Haufen Sachen, die würden vielleicht hier dem einen oder anderen gar nicht auffallen, ne, der da vielleicht nicht so tief drin ist, ja. Das ist der Wahnsinn, ja. Und ich kann euch sagen, wenn mir schon auf meinem eigenen Kanal oder bei meinen eigenen Inhalten so viel auffällt, ja, was ja dann noch nicht mal irgendwie Absicht ist oder irgendwas, oder dass man jetzt wirklich da was irgendwie repräsentieren will oder was auch immer, ja, da reicht schon bestimmte Bilder aus. Wie gesagt, hier der Megaman, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ja. Und das ist, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also dann glaub bloß nicht, dass mir dann bei anderen Leuten diese Sachen nicht sozusagen ins Auge fallen, ja. Denn da ist es ja, denn da ist es ja teilweise noch, okay, bei mir, da kann man einfach noch sagen, okay, da ist jetzt einfach ein Video, das dauert jetzt halt vielleicht so und so lange, ja, oder es ist jetzt hier irgendein Bild oder so, ja. Aber es ist halt nochmal eine andere Geschichte, ne. Gut, ihr seht mich ja jetzt nicht hier vor der Cam, ja. Aber, naja, also wenn ich hier bestimmte, es ist sehr, sehr vieles, man könnte da ganz, ganz viel drüber reden, ja, was immer wieder zu sehen ist, ja. Das wäre dann vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Oder wenn ich dann zum Beispiel zu einem bestimmten Timecode dann auch noch bestimmte Zeichen mache und, 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 aber das geht ja noch viel, viel weiter. Und, äh, es ist auch, es ist auch, glaube ich, nicht so einfach in der Geheimgesellschaft. Es ist zum Beispiel, man könnte jetzt ja hingehen, ne, und, also jemand, der wirklich irgendwo ein bisschen tiefer irgendwo drin ist, ja, derjenige, dem würde, glaube ich, sofort auffallen, ja, wenn ihr dem erzählen würdet, hier, let's play das und das, und der würde sofort sehen, ja, okay, das könnte man da irgendwie reininterpretieren oder so, aber das ist so ähnlich wie, äh, ihr kennt irgendwelche Wörter aus einer Sprache, aber ihr beherrscht die Grammatik nicht, ja, äh, und ihr plappert da einfach irgendwas, ja, und genau das würde das geschulte Auge rausfinden, rausfinden, zum Beispiel bei mir, ja, dass da einfach, ja, da ist irgendwas, aber das, 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 das passt irgendwie nicht und gewisse andere Sachen, und es ist ja nicht nur das, äh, was so überall bekannt ist halt, sag ich jetzt mal so größtenteils, jetzt auch in der True-Star-Szene oder was, ja, es, es, es gehört ja noch viel mehr dazu, ne, gewisse Dinge, die sind eben nicht so bekannt, ne, und wenn die dann zum Beispiel fehlen oder so, ne, oder einfach, daran sieht man es halt, ne, und ich denke, wenn ihr da so krass drin wärt oder so krass Bescheid wisst, dann müsstet ihr eigentlich auch bei mir sehen, dass es so dann nicht zusammenpasst, ne, aber wie gesagt, wer sich da auf irgendwelche Sachen stürzt, die man irgendwo gesehen hat, ja, und, äh, ja, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich hier völlig schon Fahnen verloren, warum erzähle ich das hier überhaupt? Keine Ahnung, also wegen dem Wager, genau, wegen dem, wegen dem Ding hier, ja, ja, wer weiß, wer weiß, was er für Absichten hat, der Wager, ich kann nicht in ihn reingucken, ja, äh, nur vielleicht kann er euch ja auch den einen oder anderen interessanten Hinweis geben, und wie gesagt, ich würde da nicht blind irgendwie jemandem vertrauen oder so, ja, und, äh, wo wir gerade schon beim Thema Geheimgesellschaften sind, ne, also ich sage euch jetzt mal ein Beispiel, äh, ich glaube, einige Leute, einige Leute ist, glaube ich, gar nicht klar, ne, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr könnt ja auch da zum Beispiel jetzt hier beim Alexander Wagant, ja, äh, könnt ihr ja auch da, wie nennt sich das, hier, Schwester, Bruder und Schwesternschaft, auch schon ein sehr interessanter Begriff, äh, könnt ihr ja da quasi, Weltengeschwister meinst du, oder was? Was? Diese Organisation, die er gegründet hat, Weltengeschwister. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie er das überhaupt gegründet hat, aber ist, auf jeden Fall ist er ja da dabei, ne, also bei dieser Gesandschaft, ne, und es ist halt ein Ding, äh, ihr könnt euch ja da auch irgendwie anmelden oder was, ne, und dann kriegt ihr dann zum Beispiel, äh, gewisse Infos, ich bin ja nicht mit dabei, ja, aber wie gesagt, man kann das halt machen, ne, ja, und kann auch durchaus ein bisschen was kosten, ja, äh, und dann kriegt ihr dann zum Beispiel, dann erwähnt ihr öfter mal hier die Spezialinformationen oder was auch immer, ne, oder bestimmte Kurse, wo ihr mitmachen könnt, ja, und, äh, man könnte jetzt, ne, wenn man das jetzt ganz eng sehen würde, ja, dann wäre auch diese Bruderschaft, ja, unter Umständen vielleicht auch schon sowas wie eine Geheimgesellschaft, ja, also das ist, äh, und vielleicht seid ihr auch, äh, da sogar mit drin oder so, ja, und habt euch da noch gar nicht so, äh, drüber Gedanken gemacht, ne, selbst das wäre dann eventuell schon, ja, also, aber das ist jetzt, das ist jetzt ein ganz anderer Punkt, ja, aber, aber wie gesagt, das alles basiert auf Freiwilligkeit, ja, äh, wer da Bock drauf hat, kann das machen, ja, und, äh, letztens haben sich ja noch mal Leute über mich beschwert, also, also ich hab doch, äh, hier Grüße gehen raus an JB, ja, ich hab dir übrigens hier, äh, egal, du weißt schon Bescheid, ähm, jedenfalls, äh, ich hab letztens mal erwähnt, äh, dass es, äh, schon irgendwie auffällig ist, äh, in der alternativen Szene, äh, dass man doch häufiger mal um Geld angebettelt wird, ja, und, ähm, ja, und es ist auch deren gutes Recht, und wie gesagt, da kann man auch Geld bezahlen, oder was, ja, äh, ja, ich hab halt einfach nur mal erwähnt, dass es halt eben auffällt, ja, und, äh, also, ich hab noch nie einen um Geld angebettelt, und werde das auch vermutlich in Zukunft nicht machen, oder so, ja, äh, das ist halt nicht meine Intention, ja, aber man kann damit doch Geld verdienen, ja, äh, und wenn zum Beispiel jemand das irgendwie konkret als Dienstleistung anbietet, ne, wie zum Beispiel Alexander Wagant das macht, ja, das kann auch entsprechend teuer sein, ja, aber ich hab euch ja schon mal gesagt, es gibt eigentlich keinen intrinsischen Wert, ja, also es ist halt, wenn es euch dann so viel wert ist, dann ist es halt so viel wert, ja, und, ähm, ja, aber das ist jetzt auch nochmal ein ganz anderes Thema, ja, also, äh, ja, jedenfalls, ich find's sehr interessant, ja, also ich verfolge ihn ja auch wirklich schon länger, ja, und, ähm, ja, also übrigens hier, was ihr da angesprochen hattet, Vorbild oder so, ja, wisst ihr, wer für mich schon in gewisser Weise doch so eine Vorbildfunktion hatte, auch gerade so in der Anfangszeit oder so, ich weiß noch, ich weiß noch damals, äh, boah, da war der Olli noch beim Focus Money, ja, und ich weiß noch, wo er dann erzählt hatte, er hat ja jetzt irgendwie, äh, es heißt hingekriegt, dass jetzt dieser 9-11-Artikel da kommt, ja, und, äh, ich weiß noch, er hat, er hat vorher Bescheid gesagt, ja, und es kam dann echt, ja, und ich bin extra hingegangen, ich hab da, glaube ich, zwei oder drei Exemplare davon geholt, ne, äh, was echt interessant war, und er hat dann dann geschrieben, eben hier Tathergang und bla, 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 da war einiges drin, ne, und, äh, zu der damaligen Zeit oder so, ne, das war schon so eine kleine Sensation, ne, und das war für mich schon jemand, ähm, ja, oder auch, ja, vielleicht schon, ja, und ich muss auch sagen, hier, was zum Beispiel Dinge angeht, es wird ja, manche kritisieren da irgendwie gewisse, äh, Wirtschaftsthesen oder sowas, ja, und ich bin ja da auch sehr, sehr freiheitlich angestellt, und, ähm, das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt der Punkt, den ich da großartig, äh, kritisieren würde, ja, da könnte es sogar sein, dass wirklich, äh, ich hab auch bisher noch nichts entdeckt bei ihm, ja, äh, wo ich ihm da irgendwie groß, äh, widersprechen würde, ja, und ich muss sagen, in der Hinsicht, ja, äh, war das schon auch immer in gewisser Weise ein Vorbild da auch für mich, ja, also, das, das war auch noch zu Zeiten alles, da hat den ja fast keiner gekannt, ja, und, äh, oder auch dann die Bücher, die er dann rausgebracht hat, hier dann auch das Kapitalismuskomplott und alles, und, und das, das waren dann noch nicht die Zeiten, wo er dann dazu aufgerufen hat, die AfD, ich glaub, die AfD gab's doch damals noch gar nicht, aber, aber das ist halt, äh, das hat halt dann irgendwann im Zuge dieser Flüchtlingskrise, äh, da hat man gemerkt, das ist halt immer mehr geworden, ja, äh, in der Richtung, und, ähm, ja, aber wenn ich mir das mal so angucke, so, keine Ahnung, vor 10, 12 Jahren oder so, ne, da war zumindest mal augenscheinlich doch noch ein bisschen anders drauf, ja, also, äh, ich fand das halt, äh, und damals, man darf das nicht vergessen, also hier in dieser Szene oder so, ne, da, da gab's noch nicht so viel, das ist nicht wie, wie heute, das war nicht wie jetzt, ne, und, äh, da war das wirklich hier einer der, der Vorreiter auch, ne, und hier übrigens Alex auch, ne, also ich kann mich ja noch an die Zeiten erinnern, ne, also, War das nicht, war das nicht, ähm, ähm, wie heißt das Ding, von dem Alex Jones, das hat er doch in Deutsch geführt. Ja, der hat doch einiges übersetzt von ihm, ne, und es ist quasi, ja, so vom Namen her war's schon, Also, recenter, heißt, hieß er ja irgendwie anders, hieß er der Info jetzt, ne? Ja, genau, ich sag gleich, ne, also, es war, also, Leute, momentan ist der recenter TV, und es heißt doch wirklich schon ziemlich lange jetzt recenter TV, ja, und wenn er dann, aber diejenigen, die vielleicht dann noch ein bisschen länger dabei sind, die, die kennen's noch als InfoKrieg TV, ja, also, und, und die Leute, die, das dann, das geht dann aber noch um einiges weiter zurück, ja, äh, da war's dann InfoKrieg Radio, ne, und, ja, im Grunde genommen war da auch, äh, in gewisser Weise natürlich dann auch Alex Jones so eine Art Vorbild oder so, hier wegen natürlich InfoWars, ja, und, äh, er hatte sich übrigens sogar mal da beworben, ne, aber das ist schon lange her, ne, ich glaube, er hat sich mal beworben gehabt, ja, aber, äh, egal, ne, und... Hier, du hast echt einen coolen Chat, weißt du das, die... Ja, ja, ich sehe es ja, ne, also... Das ist echt amissant, was die auf der Schreiben, ja. Ja, jedenfalls, ähm, äh, keine Sorge, Leute, ich werd da gleich schon mal ein bisschen was aufgreifen, wahrscheinlich, ne, äh, sorry, jedenfalls, und, ja, und gerade auch die Zeit hier mit, mit, äh, also hier mit dem Alex halt, ne, ich meine, wann war das so, wann ging's denn los bei dem InfoKrieg Radio 2005, 2006, ja, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, oder das ist schon ewig her, und, äh, äh, also, wo ich mir das reingezogen hab, das war tatsächlich noch InfoKrieg Radio, ne, und, äh, hier, ich bin euer Host, Alexander Benesch, wie hat er dann mal gesagt, egal, ne, jedenfalls, und, äh, wie gesagt, zu der Zeit, da gab's halt echt noch nicht so viel, ne, und das waren dann tatsächlich in gewisser Weise die Vorreiter halt, ne, da muss man nicht immer mit allem einverstanden sein, oder was, ne, äh, äh, was da irgendwelche Leute raushauen, oder so, ja, aber das ist halt tatsächlich, äh, auf mich hatte das schon, denke ich, in der damaligen Zeit, äh, schon großen Einfluss, ne, und, äh, wie gesagt, und, und vor allem auch, vor allem auch natürlich, äh, der Olli, ja, und, äh, auch freiwillig frei, ja, das ist, also, das war auch, äh, das war alles so die Zeit, ne, das war so die Zeit, wo dann Olli dann immer bekannter wurde, wo es dann freiwillig frei gab, das war so ein bisschen so, wie so eine Art Pionierzeit, oder so, die war sehr, sehr spannend, diese Zeit, ja, äh, das ist halt, und, und deswegen ist da natürlich auch so ein Ding, wenn ich dann mitkriege, hier, äh, Olli wurde festgenommen, oder so, ja, ich bin nicht immer einer Meinung mit dem, oder so, ja, und, äh, ja, wer weiß, was da noch alles abgeht, ja, aber das ist halt einfach so ein Ding, man hat da einfach einen anderen Bezug zu den Leuten halt, ja, und es ist irgendwie, aber deswegen hätte ich ja jetzt gerne hier noch ein paar Leute drin, die da vielleicht doch noch mehr dazu erzählen könnten, ja, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass halt dann, äh, der Alex heute noch vermutlich, wie es jetzt aussieht, gerade komplett ausfällt, ich gucke mal gerade, ob er mir vielleicht noch geschrieben hat, ähm, oh, Moment, Leute, Moment, Moment, Nature, schreibt mir gerade auf Discord, ähm, Nature, äh, wenn ihr gerade noch im Chat bist, oder so, dann schreibt doch hier, ähm, ob du, äh, ob du reinkommen willst, äh, hier, ne, ich kann dir dann gerne den, den In-Walk-Link, äh, schicken, ja, äh, ja, und auch Nature, natürlich von dir, da war in letzter Zeit ja auch heiß hergegangen, ja, da hatte ich mir auch überlegt, ne, soll ich da irgendwie drauf einsteigen oder so, ne, oder soll ich zu dir sagen, ob wir eine Sendung machen, ja, äh, ich habe gedacht, wenn er hier was machen will, wird er sich schon melden, ähm, aber andererseits denke ich mir halt auch, äh, ich finde, die Leute sind ein bisschen spät dran, weil, äh, wann haben wir die Sendung gemacht, der Exorzist, das ist auch schon wieder länger her, ne, also, äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, da, da ist doch, das ist doch eigentlich schon alles gesagt worden, ja nicht, größtenteils, ne, äh, die war übrigens sehr spannend, Leute, wenn ihr nicht gesehen habt, dann zieht euch die mal rein, ja, und es gab noch eine andere Folge, da haben wir auch schon drüber gesprochen, es war, äh, wie hießen die noch, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Oh Gott, Leute, da ist ja dreimal, da ist ja dreimal das I, da ist ja dreimal ein Strich. Ey, dein Chat ist so cool, ey. Das ist so cool. Wir haben einen guten Schwuren am anderen raus, echt cool, großes Lob an euch, ihr seid echt cool. Ja, ich finde auch, ne, also, hier ist richtig was los, ne, äh, so ein bisschen wie am Rummelplatz oder so, ne. Also, hier in Nature, äh, schreibt mir dann einfach gerade nochmal irgendwie hier auf, auf Discord oder was denn rein willst, ne, Ähm, lass uns mal kurz nochmal zum Olli zurück, ja. Ja, natürlich, natürlich. Weil, äh, ich denke, die Gretchenfrage, auch wenn es echt, echt schwierig ist, und da haben wir jetzt schon drum herum geredet, und es ist auch echt schwer, ähm, da über jemanden den Stab zu brechen, aber die Bewertung dieses Ereignisses können wir nur dann vollständig vornehmen, wenn wir wirklich uns klar werden, auf welcher Seite der Olli spielt. Weil, was mir natürlich auch auffällt, ist, dass, ähm, so ein bisschen wie orchestriert plötzlich der ganze alternative Bereich aufschreit. Sondersendung hier, Sondersendung da, Interview hier, Interview dort, ähm, das finde ich schon beachtenswert, ja. Ja, das ist ja so, wie wenn, wenn im Mainstream halt was orchestriert wird, dann hast du die gleichen Formulierungen überall. Das hat man im alternativen Bereich nicht, dass sie die gleichen Formulierungen verwenden, aber trotzdem sind wieder die einschlägigen Protagonisten dabei mit Sondersendungen über Olli ja nicht. Und um einfach zu verstehen, was hier läuft, was uns wahrscheinlich nicht gelingen wird. Aber es wäre natürlich total wichtig rauszufinden, in welchem Spielfeld der Olli spielt. Und dann können wir es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Was mir auffällt, und da hätte ich gerne eine Frage an den Chat, was mir auffällt, und das, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, kann ich auch nicht einschätzen. Bei manchen Sendungen hatte der Olli einen weißen Hut, bei manchen Sendungen einen schwarzen. Hat das eurer Meinung nach eine Bedeutung? Ist das irgendwie ein Symbol, oder war das einfach zufällig? Das würde mich auch interessieren, weil das hilft uns vielleicht auch ein bisschen weiterzudenken. Und bitte, was haltet ihr von dieser Orchestrierung auch im alternativen Bereich? Dass also jetzt auch Pop und, äh, Hermann und solche Leute dann auf den Zug aufspringen und dann da quasi Sondersendungen machen? Okay, ich schreibe mir schon mal einige Zufall. Ja, äh... Ja, ich beschwere mich ja nicht. Ich bin ja eingeladen worden, Musicstar. Ich beschwere mich nicht. Ich versuche das einfach zu bewerten. Der beschwert sich über die vielen Sondersendungen über Jahre nicht, während dasselbe in einer sitzt, ja. Hast du völlig recht? Ja, wir sind ja auch voll dabei, ne? Aber ich beschwere mich jetzt in dem Fall nicht. Ich versuche nur rauszufinden, was wird gespielt. Und vielleicht habt ihr eine Idee. Ja, also ich meine, es ist ja, könnte unheimlich vieles auffällen oder so, ja, wenn man das irgendwie analysieren würde, ja. Und wahrscheinlich fällt sogar mir wahrscheinlich auch vieles nicht auf, ja. Aber ich habe halt schon mal festgestellt, dass es mir oft mehr auffällt als anderen, ja. Es ist halt, es ist halt wirklich, es ist halt müßig, ja. Ich stelle mir auch teilweise wirklich die Frage, ich schaue jetzt hier einfach mal was raus, aber ich glaube, ich habe das schon sau oft gesagt, ne. Also jetzt mal ganz im Ernst, ja. Ich bin nicht der Weihnachtsmann. Also alternative Szene, ja, jetzt mal im Ernst, also vielleicht wäre man schneller damit fertig, wenn man einfach mal gucken würde, ja. Ja, bei wem springt einem denn nichts ins Gesicht, ja. Oder vielleicht jetzt nur sehr wenig, wenn man da mal anfangen würde, wenn man die jetzt aufzählen würde, ja. Dann wäre man, glaube ich, viel schneller fertig als die anderen, ja. Also ich meine, jetzt mal im Ernst, also, äh, ich meine, ich muss mich gerade um die Fliege kümmern, die nervt mich gerade. Aber ich höre dir zu, ich bin dabei. Das ist bestimmt auch wieder hier was Symbolisches. Du bist, du hast zu tun mit dem Herr der Fliegen. Ja, genau. Du weißt, was der Herr der Fliegen ist, ja. Also jedenfalls, oh, da war doch mal was mit Joe Conrad, da war auch was mit der Fliege. Es ist halt, äh, also wenn ich mich umgucke, ja, äh, gerade in der alten Szenen, und ich habe mich da sehr, sehr rausgenommen, auch in den letzten Jahren, ja. Ich mache jetzt momentan einfach hier so mein Ding, ja. Okay, die Sache hier mit dem Olli hat mich jetzt halt einfach interessiert, ja. Ähm, und, ja, aber, ich meine, darum ging es ja früher immer hier, ne, wo es dann irgendwie hieß, oder, oder wo dann auch andere Leute Videos gemacht haben, oder den und den zu entlarven, oder, da war, ich weiß noch genau, wo die ZDF-Geschichte war, ja, mit Robert Stein und so, das ist jetzt, wann war das, 2017 oder so, ich glaube schon, ne. Ja, nein, ich auch, ja. Und, äh, das sind ja auch die ganzen Leute hier drin gewesen in der Sendung, hier, der Frank Höfer und Anna-Maria auch, ich glaube, die lebt schon gar nicht mehr, ähm, dann, äh, nee, von, von, äh, es war, ach, da, hier, der Tomu Nose war noch drin, ja, und alle möglichen, und da haben wir dann auch... Ja, die Namen, äh, kommen, treten ja gar nicht mehr groß in Erscheinung, die waren mal da und sind jetzt wieder weg, gell. Wo, wo meinst du jetzt? Also, Tomu Nose habe ich schon lange nicht mehr gehört, hast du... Nö, ich habe jetzt von ihm letztens, der macht bestimmt noch irgendwas, aber ich habe da jetzt, ich habe das auch nicht mehr so am Schirm, ja, äh, ich habe an vielem irgendwie auch das, das, äh, Interesse verloren, äh, und, ähm, ja, ich weiß noch, damals, wie gesagt, hier, ganz groß, äh, und übrigens, ne, Olli hatte ja sogar noch Robert Stein, äh, Endschutz genommen, das weiß ich noch, ja. Ich habe übrigens auch nur Wieso geschrieben, ja, ob keiner Bock hat, da reinzukommen von denen, ja, ja, wäre ja nicht das erste Mal, ne, äh, aber, ja, ich glaube, die kommen dann eher hier rein, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist oder so, ja, da muss, muss man ein bisschen mehr los sein, aber, aber, äh, jedenfalls, ähm, ja, Leute. Guck, da schreibt der Thomas Andersen, das ist auch interessant, der schreibt, die U-Bote lassen die Szene kontrolliert untergehen, das finde ich jetzt auch wieder einen spannenden Gedanken. Ja, wer weiß, wer weiß, ja, also jetzt mal wirklich, ganz, jetzt mal ganz im Ernst, Leute, ne, ich meine, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt hier die Herrscher oder sowas, ne, würdet ihr dann einfach so zulassen, dass da irgendwie eine echte Opposition entsteht, die euch vielleicht sogar gefährlich werden könnte, ja, äh, oder würdet ihr vielleicht hingehen und würdet euch, äh, eure eigene Opposition schaffen, ja, oder zumindest, wenn es eine echte Opposition gibt, die ja eben unter Kontrolle bringen, ja, aber am cleversten wäre eigentlich, wenn ihr das von Anfang an gestartet habt oder sowas, ja, und das wäre doch eigentlich viel cleverer, ja, dann habt ihr das schön, äh, alles im Griff, ja, sonst könnte ja irgendwas entstehen, was irgendwie dann wirklich unschön wird oder so für euch, ne, also ich würde das, glaube ich, so machen als Herrscher, ne, und wenn ich das sogar so machen würde, also ich meine, äh, ich hätte jetzt keinen Bock irgendwie zu herrschen oder sowas, ja, das wäre jetzt nicht mein Ding, ja, und ich nehme noch Herrschaft ab, nur, äh, das ist, nur, ich meine, solche Überlegungen, die sind doch eigentlich ganz klar, das ist doch nicht nur auf staatlicher Ebene so, das kann ja auch in eurem Betrieb so sein, ja, das ist zum Beispiel, ich sage jetzt nicht, dass das immer so ist, ne, es gibt doch wirklich andere Betriebsräte, ne, aber das kann zum Beispiel so sein, dass, dass euer Betriebsrat auch so eine Art gesteuerte Opposition ist, ja, also es ist wirklich schon im kleinen Bereich, könnt ihr das gleich schon feststellen, ja, oder auch, oder auch andere Leute, das kann zum Beispiel bei euch sein, dass es dann irgendwie Kollegen gibt oder so, ne, die dann halt schon mal irgendwas raushauen, um da mal zu gucken, ne, wer stimmt da jetzt mit ein, wer nicht oder so, ja, ich meine, das ist ja jetzt, ich meine, dieses, dieser Gedanke, ne, gesteuerte Opposition oder gelenkte Opposition, wie es manche nennen, ja, er nennt es, wie er wollt, aber das ist doch wahrscheinlich schon uralt, ich meine, das ist wahrscheinlich schon so alt, seit es überhaupt irgendwelche Herrschaftskonstrukte gab, oder nicht? Na klar, das gehört zum Spiel seit Jahrtausenden, völlig klar. Ja, also das ist ja wirklich nichts Neues, ne, dann gibt's dann Leute, die, die erzählen mir dann, ja, das, das gab es nie, gibt es nicht und wird es nie geben. Ja, das ist euer gutes Recht, das zu glauben. Was vielleicht auch noch in das Bild passt oder was eventuell auch dazugehört ist, ähm, solche Sachen macht man natürlich auch gerne, um abzulenken, ja. Vielleicht auch hier die Frage an die Runde, ähm, Cum-Ex rückt gerade dem besten Kanzler aller Zeiten bedrohlich nahe? Braucht man da einfach, vor allen Dingen auch für den alternativen Blätterverhalt, braucht man da ein bisschen Ablenkung, inszeniert man das dann deswegen? Ja, damit die Leute eben nicht da hinschauen, wo sie hinschauen sollen. Du weißt ja, der alte, alte Magier- und Zauberertrick, mit der rechten Hand irgendwas machen, wo alle Zuschauer hingucken, mit der linken führst du dann den Trick aus. Irgendwie so ähnlich läuft das doch auch in der Politik. Boah, ich hab mal, ne. Ganz kurz, ganz kurz einen Satz noch. Wenn die Politik nicht will, dass man wohin schaut, dann inszenieren sie eben etwas, was die Leute ablenkt. Vielleicht gehört das auch in diese Richtung. Wer weiß, ja. Ich hab übrigens mal, ne, bei mir in den Umfragen im Community-Bereich, ne, also ich hab ja irgendwie mehrere Kanäle, ne, weil das hat, äh, eine ziemlich komplizierte Geschichte, warum das so kam, ja. Und mein Hauptkanal ist ja auch weg. Es gibt ja noch hier Let's Play & Talk Notfallkanal und Let's Play & Talk Gaming. Äh, der Hauptkanal ist einfach nur Let's Play & Talk, jedenfalls hier bei Let's Play & Talk Live, in Umfragen. Da hab ich mal vor einigen Monaten, und das war so die Zeit, wo das hier losging mit der Ukraine, ja, und da hab ich mal was sehr Interessantes, äh, gepostet. Auch was Zauberer angeht und Zaubertricks und sowas. Da könnt ihr mal gerne reingucken, ne. Das ist, äh, ganz uninteressant. Aber was, aber egal, ja, es ist wieder ein anderes Thema, äh, ähm, ähm, ja, ne, das ist halt, das ist ja halt eben auch, wie, 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 wie der Valentin halt sagt, ne, ich meine, das ist halt, äh, so funktioniert das halt eben auch, ja. Ja, so dass natürlich ihr, dass, dass ihr natürlich gefesselt werdet oder das ist halt einfach, dass ihr natürlich abgelenkt werdet, ne, äh, es passiert irgendwas auf der Bühne, ja, äh, natürlich, damit der Zauberer dann hier seinen Trick durchführen kann, ja, damit, natürlich ist doch, aber das versteht sich ja eigentlich schon selbst, ja. Also ich meine, äh, ja, na klar, und, und, äh, also wenn, wenn mir die Medien irgendwas präsentieren, ja, was jetzt wirklich hier so, so, äh, was ich jetzt überall höre, ne, das ist das Thema, ne, und überall wird das breitgetreten, ja, äh, oder, oder irgendein Weltereignis oder was auch immer, ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke dann mal als erstes drüber nach, äh, Moment, was passiert denn hier eigentlich noch gerade? Was ist hier eigentlich noch gerade los, ja? Ist das vielleicht viel spannender, wenn wir vielleicht auf den Ablenken oder so, ja? Ja, und, äh, das ist, äh, du hast doch mal irgendwann einen Beitrag gemacht, äh, wie war das, so und so viel Prozent Rauschen oder so, was war das? Ja, 99 Prozent Lärm, ja. 99 Prozent Lärm, ja, und da bist du ja auch unter anderem darauf eingegangen, ne? Ja, ich meine, das, äh, deswegen, äh, mein, ähm, ja, ich, ich nehme das halt immer wieder wahr und, und, und staune, wie viele Leute sich da noch emotional involvieren lassen und da einfach abgehen, ja? Ja, bei den kleinsten Meldungen regen sie sich riesig auf, ja? Ja, ich meine, äh, ich gucke zum Beispiel Tim Kellner echt gern, weil das ist witzig, da kann man schön ablachen, ja? Ja, aber natürlich arbeitet er auch genau auf der Ebene, auf der Ebene, dass man sich über andere Leute aufregt. Der macht das sehr gut und der hat ein tolles Format und den werden sie auch nicht angehen, weil er das einfach gut macht. Aber, ähm, ich frage mich halt auf Seiten der Zuschauer, warum hüpfen die jedes Mal über so ein Stöckchen, ja? Ja, jetzt hüpfen sie dann über den Olli und dann, ja, Unrechtsregime und hast du nicht gesehen. Ich weiß ja nicht, was da wirklich vorliegt. Ich kenne ja die Anklageschrift ja nicht, ja, also irgendeine, oder die Begründung des Haftbefehls. Solange wir die nicht kennen, ist das ja alles nur in einem Grießbrei rumgestochert, da wirst du nichts finden, ja? Also im Endeffekt, ja. Aber dass die Leute sich dann da immer so mitreißen lassen und jetzt, ja, jetzt die Wahrheit über Oliver Jahnig, dann erzählst du irgendeinen Stoß und dann sind die Leute zufrieden. Das ist traurig, ja? Wobei, ich kann es halt schon absolut nicht mit, äh, ich kann es absolut nachvollziehen, dass die Leute da natürlich aufgebracht sind. Ja, aber deswegen habe ich denen ja auch gesagt, dass es jetzt wichtig ist, irgendwie cool zu bleiben. Es fällt super schwer, ja?